Meine Augen sind trübe, meine Beine sind müde. Bist du Matthias? Ja. Wir haben Grund zu der Annahme, dass du möglicherweise einen gewissen Brian von Nazareth verbirgst. Mutmaßlich ist Mitglied der Terrororganisation Volksfand von Judäa. War es ich? Nein, ich bin nur ein armer alter Mann. Ich habe keine Zeit für Gesetzesbrecher. Meine Beine sind grau, meine Ohren sind leer, meine Augen sind alt und gebeugt. Oh! Einfallspinsel. Wache! Hausdurchsuchung! Du weißt, welche Strafe vorgesehen ist im römischen Gesetz für das Beherbergen eines Verbrechers? Nein. Die Kreuzigung. Oh. Scheußlich, hm? Es gibt Schlimmeres. Was meinst du damit, es gibt Schlimmeres? Man kann auch erdeutscht werden. Erdeutscht? Was? Das dauert nur eine Sekunde. Die Kreuzigung dauert Stunden, das ist ein langsamer, grauenvoller Tod. Na ja, aber wenigstens ist man dabei an der frischen Luft. Er hat eine Meise. Leider, ich habe nichts finden können, Herr. Aber keine Sorge, das war nicht das Letzte, was du von uns gesehen hast. Verdreter Opa! Rüben, Nase! Pass auf! Das war nochmal Glück. Gut. Gut. Gut.